moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und ich bin heute nicht auf meinem game attack youtube gamescom unterwegs sondern auf dem kanal der junge zocker jt auf den namen der junge zocker jt und noch zeigen wir jetzt mal offizielle liste die eigentlich nur auf dem youtube kanal bruno weigl zu sehen war sogar kollege von mir und ja dann zeige ich euch mal hier das ganz neue slender mann ich finde richtig geil namen es ist sogar zeit spielherrschaft jemen ja 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 und das spiel ist ja viel heute call of duty warum eigentlich call of duty ich finde gta5 wirklich geil muss ich sagen so kingstone ist am start sagt mir alles ganz bekannte namen don camora hier und da sieht man auch geile ps3 embleme hier doch der commander hier ein affe der saturn ein skelett ne das ist nicht das ist kein skelett leute das ist t bart von elst guck mal euch an also sieht gleich aus wie der erzbischof von limburg ja das sieht aus wie so ein das sieht auf jeden fall aus wie ein ding dem würde ich auf jeden fall mein auto nicht geben das kann man auch so sagen und da verstehe ich irgendwas nicht marios mark 1904 was ist da denn los antwort auf ihre freundesfrage steht noch aus ich hoffe euer gamertag wurde nicht irgendwie gebannt auf youtube gamescom habe ich dich leider entfernen müssen wenn ihr wieder online seid schreibt mir einfach eine anfrage dann nehme ich dich sofort wieder an marios mark 1904 ganz geile youtuber ganz geil aber es kommt leider nichts mehr das finde ich bisschen schade und hoffe dass ich natürlich da auch was bekommen nun bekommt ihr gamertags zu sehen die absolut verboten sind die verbotene gamertag reihe was mache ich damit verbotene gamertag reihe diese gamertags sind absolute hacker schaut euch diese gamertags mal an zz-3 b-m-zz und oben nochmal die anderen gamertags das sind hacker aus grand theft auto 5 das sind richtige hacker und die haben die so genannten geld cheat hacks benutzt diese haben glaube ich ein paar hundert millionen auf dem konto oder paar milliarden und können den anderen spielern geld schenken so das sind leute die richtig richtig kacke und ja die werden wahrscheinlich dann auch gebannt werden ich sag so mit schau ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr habt euch wieder erkannt nicht alle da hätte ich mich bei youtube gamescom noch anmelden sollen da hätten sich ein paar erkannt wenn du dabei sein willst kannst du der junge zocker jt addeln und wenn du fragen haben willst zu mir zu meiner person persönlich privat schreib eine nachricht an youtube gamescom weil da bin ich zu 99% online nur eine nachricht schreiben danke tschau bis